Hier der übersetzte Text. BVB, Champions League, wo läuft Borussia Dortmund gegen Celtic? Borussia Dortmund gegen Celtic, ein Schlüsselspiel in der Champions League. Am Dienstagabend spielt Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow in der UEFA Champions League. Diese Begegnung ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung, da sie ihre Position in der Gruppe festigen möchten. Borussia Dortmund, ein traditioneller Verein aus der Bundesliga, kehrt nach einer kurzen Unterbrechung in die Champions League zurück und möchte seine Heimstärke ausspielen. In den letzten Monaten hat sich Dortmund in der Bundesliga stabilisiert und einige gute Leistungen gezeigt. Die Mannschaft unter Trainer Edin Terzic hat sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Fortschritte gemacht. Die Spieler scheinen gut vorbereitet und motiviert zu sein, insbesondere vor den eigenen Fans im Signal Iduna Park. Trainer Terzic äußerte sich optimistisch über die Leistung seiner Schützlinge und betonte die Wichtigkeit des Spiels für die weiteren Champions League Ambitionen des Vereins. Celtic Glasgow, der schottische Rekordmeister, hat ebenfalls mit seiner Form zu kämpfen, hat jedoch internationale Erfahrung und eine treue Fan-Gemeinde, die das Team in Dortmund unterstützen wird. Der Trainer der Schotten hat betont, dass seine Mannschaft entschlossen ist, aus jedem Spiel Punkte mit nach Hause zu nehmen und dass sie alles daran setzen wird, um die Gruppe nicht zu früh aus den Augen zu verlieren. Die Gruppe, in der sich beide Mannschaften befinden, ist durchaus ausgeglichen. Neben Dortmund und Celtic kämpfen auch Manchester City und Real Madrid um die oberen Plätze. Daher ist dieses Duell besonders wichtig. Die Teams sind sich bewusst, dass jeder Punkt entscheidend sein kann und werden alles tun, um das Spiel für sich zu entscheiden. Während sich die Fans auf ein spannendes Duell vorbereiten, wird auch erwartet, dass die Stimmung im Stadion elektrisierend sein wird. Dortmund-Fans sind bekannt für ihre Leidenschaft und Unterstützung. Diese Atmosphäre könnte entscheidend für den Heimsieg sein. Die Spieler beider Teams müssen zudem die psychologische Komponente im Auge behalten, um nicht von der Kulisse überwältigt zu werden. Abschließend lässt sich sagen, dass das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Celtic Glasgow nicht nur für die Beteiligten, sondern auch für die Zuschauer ein echtes Highlight in der Champions League darstellt. Hier der Text auf Deutsch. Beide Teams werden alles geben, um den wichtigen Sieg einzufahren und ihre Träume von der K.O.-Runde zu verwirklichen. Die Partie könnte den Verlauf der Gruppenphase entscheidend beeinflussen. Autor Anita Farke, Dienstag, 1. Oktober 2024.